So, guten Morgen allerseits. Ich sag's gleich am Anfang, für alle gut hörbar in den Raum. Ich hab überhaupt nicht gut geschlafen. Ich hab was ganz was Schirches geträumt. Da werden wir zwei uns dann im Anschluss gleich nochmal separat unterhalten darüber. Mit drünter Schädel, obwohl ich schon zwei Pulver genommen hab. Deswegen würde ich jedem, der auch morgen noch das Licht der Sonne erblicken möchte, empfehlen Sie heute neu teppert mit mir zum Spülen. Solltet ihr heute was von mir brauchen, schreibt mir bitte eine WhatsApp Nachricht, das Handy ist eh abgedreht und liegt da. Habt's noch Fragen? Nein, sehr fein. Ich zieh mich zurück. Dankeschön.